Willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die vConnect-ID-App. Ja, 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 es geht mal wieder um die App. Man arbeitet dran, das kann man sehen, weil es gab wieder ein neues Update. Und dieses Update enthält etwas, was eigentlich in der Software 3.0 erst verfügbar sein wird, im Auto. Also bei mir im Auto ist das noch nicht so toll wie dann in der App. Wobei in der App es nicht so toll ist wie in der 3.0-Software, zu dem, was ich weiß zumindest. Denn in der 3.0-Software wird die Routenplanung, und darum geht es, richtig gut sein, was ich gesehen habe in anderen Videos. Da werden auf jeden Fall die Ladesäulen angezeigt und zwar nicht mehr irgendwelche 50 kW-Säulen oder 75 kW-Säulen. Nein, nein, es werden 350 kW-Lader angezeigt und es werden Stopps angezeigt. Wie viel Prozent hat man noch im Akku? Mit wie viel Prozent kommt man an? Wie lange muss man laden? Also nicht immer, wenn ich auf 100 habe in meinem Auto 100 Prozent, dass dann auch immer das Auto denkt, ich würde jedes Mal auf 100 Prozent laden, was totaler Schwachsinn ist. Das war aber bisher so oder ist bisher so. Und einen Hinweis gibt es jetzt in der vConnect-ID-App und das zeige ich euch jetzt mal. So, ich zeige euch das hier mal in der App und zwar, das Wichtigste ist, nicht Fehlerbehebung und verbesserte Performance, das ist natürlich toll, da freuen wir uns drüber, die Integration des E-Routenplaners. Allerdings funktioniert das in der App noch nicht ganz so gut, wie ich mir das vorstellen würde, weil man kann die noch nicht antippen und die Ladesäulen und man kann da auch noch nicht sehen, mit wie viel Prozent man ankommt und so weiter. Aber ich denke mal, wenn ich die Software 3.0 haben würde, was ich noch nicht habe, kann man das bestimmt ans Auto senden. Aber hier wird halt schon mal, und das ist der Name, der E-Routenplaner genannt. Und der E-Routenplaner sieht folgendermaßen aus. Man kann hier eine Route planen. Ich kann also hier einfach drauf gehen und sage einfach mal hier München. Also München, Hauptbahnhof, spielt ja keine Rolle. Und dann sage ich, da möchte ich hin. Und dann sage ich, ich möchte von Wolfsburg da hinfahren. Und dann mache ich einfach mal Route berechnen. Ja, was macht er dann? Er berechnet die Route, das ist ja auch richtig so. Und ja, jetzt habe ich natürlich einen kleinen Nachteil, gerade bei dem, wo ich es euch zeige. Ihr könnt das nochmal kurz sehen, wir können nochmal kurz zurückgehen. Ich habe nur 79%. Das heißt, ja, das macht er natürlich nur so, dass ich mit 79% losfahre, was ich natürlich nicht machen würde. Das ist ja ganz klar. Deswegen müsste er jetzt hier mal, dass er da drei Ladesäulen einbaut und so. Das müsste er einfach mal vergessen. Das würde er natürlich nicht machen. Ich könnte das Ganze im Moment an Google Maps senden. Ich denke, wenn ich die 3.0 habe, kann ich das auch ans Auto senden und kann mir das da dann entsprechend anschauen. Hier kann ich mir das jetzt nicht anschauen. Welche Ladesäulen er gezeigt hat. Aber ich kann euch versprechen, in der Software 3.0, das habe ich schon mehrfach gesehen, sind diese Ladesäulen alle, kann man alle antippen. Man kann genau sehen, mit wie viel Prozent man ankommt und wie lange man laden muss und mit wie viel Prozent man am Ziel ankommt. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und wir können die Ladesäulen sogar ändern. Wir können einfach draufklicken auf die Ladesäulen und können dann sagen, ich möchte nicht an der laden, weil wir zum Beispiel bei Ionity nicht laden wollen, weil es uns zu teuer ist und such doch mal in der Nähe und dann zeigt er uns halt alle Ladesäulen an, die eben 5 Kilometer vorher sind oder 30 Kilometer nachher. Und wir können dann selber entscheiden, wo und wann und wie lange wir laden. Hier seht ihr ja schon die erste Strecke 170 Kilometer, schafft man natürlich locker mit 79 Prozent. Dann 189, 208 und am Schluss 36,7 ist natürlich dem geschuldet, wie gesagt, dass ich hier nur 79 Prozent geladen habe. Aber ich muss sagen, das ist wieder der erste Schritt in die richtige Richtung. Und was haltet ihr davon? Wie gefällt euch das? Wie toll ist das, dass der E-Routenplaner in der Software 3.0 endlich da sein wird und dass man auch in der App das schon eigentlich dann ans Auto senden kann? Ich finde das super. Und das ist der erste Schritt, der erste kleine. Ich hoffe, ich kriege bald die Software 3.0. Da werde ich euch natürlich auch berichten, wie das Ganze funktioniert, gerade mit der Routenplanung. Ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt. Klar, mit Google Maps kann man das auch machen. Das ist auch sehr, sehr gut und ich denke, dass das hier auch nicht da rankommen wird. Aber es wird sehr, sehr nah dran kommen. Da bin ich ganz sicher. Also da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. So, ich habe euch hier nochmal den Eurorastpark Himmelkron rausgesucht. Das war nämlich eine der Ladestationen, die der Routenplaner hier angezeigt hat. Und ihr seht, das ist ein großer Rastplatz. Er ist mit einem Hotel, er ist mit Ionity Ladestationen, er ist mit Allego Ladestationen und so weiter und so weiter. Riesen Parkplatz direkt an der Autobahn und genau so wollen wir das ja haben. Also hier in der App wurde schon der erste Schritt gemacht in Richtung E-Routenplaner. Und ich glaube, dass VW da einen sehr, sehr großen Schritt machen wird mit der Software 3.0. Und hier in der App können wir zumindest jetzt schon mal uns einfach die Route anzeigen lassen. Ladet einfach auf 100% auf. Lasst euch die Route anzeigen. Gebt diese ganzen Ladestationen. Im Moment ist es noch ein bisschen aufwendig. Ihr müsst die Ladestationen halt wie ich jetzt hier bei Google Maps eingeben als Zwischenziel. Und dann könntet ihr im Prinzip Better Route Planner erstmal vergessen, weil ihr könnt auch das hiermit versuchen. Und ich glaube, das wird funktionieren. Ich werde das auf jeden Fall machen. Ich fahre demnächst ja zum ID-Warmup-Treffen. Und da werde ich das auf jeden Fall mal probieren, genau diese Route zu nehmen, die der E-Routenplaner vorschlägt. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch drauf? Ich werde es auf jeden Fall filmen. Ich werde euch da mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Und natürlich auch später dann bei dem Software-Update und auch bei den nächsten Roadtrips, die auf jeden Fall bald wieder stattfinden werden. Dies ist nur ein kleiner Schritt, aber ich muss sagen, mir gefallen auch die kleinen Schritte. Ich freue mich über jeden kleinen Schritt, der in irgendeine richtige Richtung geht. Und ich sage, ciao bis zum nächsten Sonntag. Haut rein. Bis dann.